Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Paule, ich bin digital erfolgte Kiterin und angehende Trainerin und heute geht es um eure Ellenbogen. Das Video ist für alle, die entweder schon Ellenbogenprobleme haben oder einen Sport machen, sehr, sehr belastend ist für die Ellenbogen oder einfach viele, die präventiv ihre Ellenbogen gerne kräftigen und schützen wollen. Das Wichtigste ist, wenn ihr schon Beschwerden habt im Ellenbogen, schaut, welche Übungen gehen, welche Übungen nicht gehen. Geht nicht über eure Schmerzgrenze hinaus und schaut einfach, welche Übungen ihr Schmerzfall durchführen könnt. Ihr müsst euch zu nichts zwingen, es muss nicht wehtun, damit es hilft und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.